Bad Herrenalp bietet ganz neu ab Juli 2010 eine Jahrtausendreise auf 5000 Meter. Der Klosterpfad im Tal der Alp verbindet zwei alte Schwarzwälder Gründungsklöster miteinander. Auf der Reise zurück ins frühe Mittelalter erkunden sie ein gutes Dutzend interessanter Stationen. Der Klosterpfad lässt sich leicht zu Fuß erwandern. Und zurück geht's bequem mit der Alptalbahn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017